angepasst. Lehm auch zum Verputzen? Mit Ivar Lehmputz kein Problem. Basierend auf den Erfahrungen aus dem traditionellen Hausbau haben wir verschiedene Putzsorten entwickelt. Strohlehm ist ideal für die Sanierung von Gefachen. Mit Lehmunterputz und Lehmoberputz von Ivar erhalten Wände und decken ihr Finish. Die Elektrik lässt sich im Putz problemlos verlegen und befestigen. Mit seiner atmungsaktiven Oberfläche verbessert Ivar Lehmputz ihr Wohnraumklima.